okay das war offensichtlich falsch ich habe hier doch so ein leichtes genau man sieht man sieht es jetzt hier oder diese rune müsste ich eigentlich hier auf die mitte legen so dass es keine ahnung die gleiche farbe bekommt aber wenn ich das mache oder kann es noch anders sein naja es muss bei der tür sein weil wenn ich weggehe es ist aber auch du scheiße schon mal gesagt dass ich in sowas ganz ganz schlecht bin kommt nicht mal durch die erste tür ich weiß nicht was das spiel von mir will ich kapiere es aber nicht ich probiere gerade alle tasten durch die ich habe keine ahnung ich komme durch die erste tür nicht durch also das in der mitte zeigt mir an was ich finden muss ich weiß es wollen das Okay 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 Also man muss es nicht an der Tür finden Sondern woanders Manchmal hilft es doch Einmal mal einen Schritt zurück zu gehen Und die Sache aus einem anderen Blickwinkel anzupfen Aber ich habe die Nordmänner Er lernt ihre Wege Ich weiß, dass du das Hattest du, wenn alle anderen lachen Meine Leute behalten den grossen Preis Ich habe meine Geschichte mit dir Und zusammen werden wir die Nordmänner Unsere Führung Also bis jetzt hat man ja Begeister gesehen Und Stimmen gehört Also noch keine Anderen Figuren zum Unterkennen Jetzt haben wir hier plötzlich so ein Scheisswetter Ne? Wieso muss immer schlechtes Wetter sein So das Spiel I guess it's the same with heights You can stand on the edge Pretend it's going to be okay But you know that death is near Waiting for you to make that Little slip Die wackelige Kamera hilft auch gar nicht The world of the dead is ruled by the giantess Hela Daughter of Loki The gods feared her bloodline Bad on her mother's side And yet much worse on her father's So as a child The Allfather cast her down into Helheim And gave her power over those who die of sickness Age Hardship And self slaughter In all of the nine worlds Only Hela Can resurrect the dead To Hela Your Dillion was sacrificed And with her You must bargain Also wir suchen Dillion Wer auch immer Dillion ist Aber wir suchen ihn Wir wollen ihn zurück haben Und dazu müssen wir nach Hel und Hela Hela? Hela Hela Und dann machen wir das mal, ne? Ich glaube die ganze Reise geht aber nur darum Erklärt aber nicht woher die ganzen Stimmen kommen Aber ich finde das Spiel jetzt schon echt gruselig Oh, eine Kampfarena Und wir kriegen den Erfolg Der Fight beginnt Stay back Chuck it in You have to open it The gate to Helheim divides the living from the dead Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim Whatever horrors lie behind that door She must find him Come on Come on Shhh Someone's here Cool Kommen wir jetzt in Kämpfe rein Und haben keine Ahnung Kämpfen Das wird witzig Das gibt viele Tote Das gibt viele Sport You You took him from me I beg you Let him go I'll give you what you want I won't resist it Just give him back Just give him back What are you doing? Die You're killing You're going to die Get up I get up Darkness is coming Surrounding you It's overwhelming Get up Und wie will sie zu kämpfen lernen? Und wie will sie zu kämpfen lernen? muss ich bauen? Jetzt Oh Ich finde ich Die Die someone die Wie viele kommen da noch? Au! Sag mal. Aber auf Gegend kann man nichts machen. Okay. Unbesiegbare Gegner. Das war so gewollt. Das zählt nicht als Tod. Ihr kostet ihn. Ihr habt ihr ein Unternehmen. Ihr macht das. Was zum... Was zum... Und mit jedem Fehlschlag wächst die dunkle Fäulnis. Wenn die Fäulnis hier nur aus Kopf erreicht, ist ihre Aufgabe vorbei. Und jeglicher Fortschritt ist verloren. Das soll heißen, man hat eine gewisse Anzahl Tode und wenn man die erreicht, dann startet man von vorn. Was? 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 Die goddess Hela liegt behind the gate to Helheim. Ob sie wirklich in voller Kontrolle ihres Geistes ist? Was? Wage ich zu bezweifeln, dann hätte sie nicht so viele Stimmen im Kopf. Was? So, Illusion oder Feuer? Was? 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 Der Ge radical ist? Should the maize? und-" لا, neurot doncwer"? Der Maize more ins hextre in Valraven und schaue ihn in der Kriege zu verhören. Der Fliege zurück zum Helheim kann nicht ohne eine zu offen. Was zur Hölle? Was? Okay, das Spiel ist ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Aber gefällt. Jetzt? Ja. Die Kämpfe sind zwar... Ich glaube, es geht nicht vorrangig um die Kämpfe in diesem Spiel. Ne, glaube ich nicht. Oh, es wird wieder so extrem dunkel. Wir haben... Ne, das sind Optionen. Ja, wir haben nichts an Items. Also, wir haben das Schwert zum Kämpfen. Und das war's. Ansonsten haben wir nichts. Keine Fackel, keine Lampe. Kein Essen. Ne, man muss sich immer nicht um Essen kümmern. Es gibt nichts zum Farmen. Moment, was ist hier oben? Keine Sachen zum Einstecken. Keine Loot. Kein Holzfahmen. Keine Steinefahmen. Es ist mal was anderes. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Oh, ein Tor. So, oh, wir gehen mal zu der Tür. Illusion schüttet den Weg von Valravan. Nicht in Ihren Augen. Find einen anderen Weg, um die Wahrheit zu sehen. Moment, sind wir jetzt doch den Illusionsweg gegangen? Ich dachte eigentlich, wir sind den Feuerweg gegangen. Das ist mir egal. Nehmen wir halt Illusionen zuerst. So, ich nehme an, das hat irgendwas da drüben zu tun. Weil, wir können nur da hin. Das ist cool. Moment, wenn wir jetzt hier durchgehen, dann bleibt... Das ist cool. Wird mich zwar extrem abwacken irgendwann, aber ich finde es cool. Tür ist auf. Aber nur, weil man einen anderen Blickwinkel wieder hat. Boah, ich mag sowas. So, 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 wieder eine Arena. Das sieht ungesund aus. Ach komm, hier gibt es gleich wieder einen Kampf. Wir gehen einfach rein. Genau, da sind die Gegner. Okay.